namaste ich grüße dich ich grüße dich zum beginn in die k-woche mein name ist daniel janang schön dass du da bist und ja was für ein start in die osterwoche und diesen start möchte ich nutzen denn jetzt geht es los und es geschieht so viel und gleichzeitig möchte ich dir auch eine lesung weitergeben aus dem lichtfeld verlag also schön dass du lauscht und schön dass du dabei bist ganz ganz lieben dank an dich ja zuerst möchte ich dir sagen heute ist der montag dass heute morgen in der meditation und das war im wald ich habe das auch auf telegramm gepostet die informationen kam dass große veränderungen bevorstehen und wir können das jetzt schon sehen vielleicht kannst du dich erinnern auch an die vorhersage dass die regierung sich verändern wird und dass die alte regierung gehen wird und so ist es auch denn die familienministerin ist zurückgetreten und das ganze in deutschland übrigens ja aufgrund ihrer ihres verhaltens und das wird auch nicht die erste sein sondern jetzt wird es immer weitergehen mit großen großen offenbarungen und veröffentlichungen und das arbeitet für uns für die lichtarbeiter ja also es kam die durchsage große veränderungen stehen bevor und als ich dann fragte okay wie wie das ganze wird nach ostern sein ja kam also auch die antwort zuerst auf der persönlichen ebene sehr viele werden jetzt mit dieser osterenergie und mit diesem vollmond und dann auch noch bis mitte april ungefähr in ein enormes erwachen ihres bewusstseins kommen und dies wird sich erst mal auf der persönlichen ebene zeigen erwachen des bewusstseins kann auch sein dass noch mal ganz tief reinigungsprozesse kommen die dann aber ganz viel erlösen ja wir sind ja in dieser auferstehungs energie und mit diesem enormen bewusstseinsschub den viele jetzt bekommen werden also ich hatte heute morgen im wald das gefühl ich stehe vollkommen in 3d da das war so unglaublich schön ja ja das war ein ganz unglaubliches gefühl kein gefühl mehr von trennung ein gefühl von vollkommener verschmelzung und eins sein und wo ich habe die bäume die vögel alles flog über mir hinweg gesehen in 3d und was war so unglaublich schön diese liebesenergie dieser dieser fünften dimension der neuen erde jetzt zu sehen und wahrzunehmen die ja schon da ist also wir werden einen nach ostern viele einen unglaublichen bewusstseinsschub bekommen dies ganze wird sich dann auswirken auch kollektiv und mit dieser kollektiven großen entwicklung was dann noch alles kommt lassen wir uns auf uns zukommen ja ich habe schon darüber berichtet und in den anderen videos lassen wir es geschehen und beobachten wir es jetzt das was kommt ja es kam auch noch durch das werde ich gerne jetzt noch mal für dich vortragen sofern du nicht bei mir auf dem telegram-kanal bist oder auch in der community eine wunderschöne botschaft die gebe ich jetzt gerne mal weiter die kam durch mich durch und dann möchte ich gerne eine botschaft empfangen von jan johannes kassel weitergeben am anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott im anfang war es bei gott und alles ist durch das wort geworden und ohne das wort wurde nichts was geworden ist in ihm war das leben und das leben war das licht der menschen du bist ein gedanke gottes liebe seele es knispert es rappelt es knirscht und manche beginnen zu fliegen und bei manchen bäumt sich das ego noch einmal richtig auf der körper will atmen und zeigt immer wieder seine befindlichkeiten im aufstiegsprozess und doch beginnt alles leichter zu werden frieden will sich breit machen mehr und mehr dramen wollen einfach nicht mehr gelebt werden dein körper erwacht immer mehr du fühlst die natur und verbindung mit ihr in einer intensität wie noch nie zuvor deine kommunikation verstärkt sich weil sich deine energie erhöht deine kommunikation mit allen wesen verstärkt sich weil du immer mehr bereit dafür bist mit der öffnung deines herzens und der öffnung deiner seele und du wirst klarer und du fühlst dass ereignisse bevorstehen die alles verändern werden du erkennst die schönheit des lebens und die schönheit der erde und die schönheit im menschen fühle dich mit dem licht in dir verbunden und segne dich und dein leben jeden tag neu ja heute ist der montag in der karwoche und so möchte ich gerne passend dazu auch ein channeling weitergeben empfangen durch johannes kassel vom lichtwelt verlag vom 2 4 2022 das ende wird der neue anfang sein gott ich bin fürchtet euch nicht von nichts und von niemandem geht aufrecht mit freude und mit frieden im herzen durch das leben die zeit arbeitet für euch die ereignisse entfalten sich für dich keine zeit war wie diese und keine welt brachte menschen hervor wie ihr es seid noch sind dir deine wahre macht und kraft wenig bewusst doch du erkennst und du kennst dich und du kennst die wirklichkeit die erinnerung kehrt zurück und langsam ahnst du welches licht du bist und welches spirituelle kraftwerk in deinem herzen schlägt du offenbarst dich dir selbst und das ist das größte ereignis und das größte wunder dieser tage so rollen die prozesse auf der spur des lebens ab und mit jeder prüfung die du meisterst wirst du vollkommen da bewusster und mächtiger was von einem menschen ausgeht ist das licht der liebe gottes und was der mensch bisher am meisten leugnete war diese seine wirklichkeit gott wohnt an keinem fernen ort weder im siebten himmel noch in unerreichbaren welten gott ist die lebendige präsenz in dir und gott offenbart sich dir in diesen tagen da du beginnst deine macht zu beanspruchen und deine spirituelle kraft wieder zu erwecken der letzte kampf das große erwachen findet jetzt statt und immer mehr menschen sind gerufen und aufgerufen ihr leben in die eigene hand zu nehmen und ihren geist auf das göttliche auszurichten dieser letzte kampf bei dem es auf der erde um alles geht braucht diesen erwachten und bewussten menschen dafür stellt der himmel werkzeuge und licht in einem bisher unerreichten ausmaß zur verfügung und darauf greifen immer mehr menschen dankbar zu sie lassen sich vom licht des schöpfers inspirieren und führen aus menschen werden götter die ihr seid aus dir wird was du bist keine zeit war und ist wie diese und kein umbruch gleich dem der sich jetzt mit der menschlichen gesellschaft vollzieht und auf der erde ereignet ja viele menschen werden den neubeginn nicht mehr erleben doch mancher von euch ist dabei wenn es heißt das ende wird der neue anfang sein geliebter mensch vertraue deiner macht und löse die fesseln der zeit blockaden selbst begrenzte glaubenssätze übernommene meinungen und vorstellungen sind ein großes hindernis und ketten dich an diese matrix prägungen seit kindesbeinen die dich niemals wach groß und bewusst werden lassen wirf alles über bord was dein bewusstsein eintrübt und wenn du fragst was ist das was sich über bord werfen soll dann sage ich dir du weißt es ich liebe dich unendlich gott ich danke dir ich danke dir wirf alles über bord und lass uns jetzt neu beginnen alles liebe dankeschön merci bye bye und i love you deine danielle und abonniere